Die Festerung 12. Oktober Ok, ich versuche nicht da rein zu kommen. Jetzt. Da unten bewegst du dich, wenn ich es tue. Mach das, was ich mache, kapiert. Los jetzt. Jawohl, vergie ich. Moment. Schieß nur auf das, was du treten kannst. Los. Unter die Tracks. Okay. 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 Ich bin ein. Barsch. Barsch. Healer. Barsch. 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 Leck sie an den Plattform an. Alles klar, ich schaue euch. 3, los! Alles gut, weiter jetzt. Da ist die Sicherheitszentrale. Ich mach das. Ich mach das. Außen um das Kommandozentrum sind Kameras. Auf beiden Seiten. Hier? Wir müssen nur an die Tür klopfen. So, jetzt auch mal. Feuer frei. Schnell den Bereich durchqueren. Sie wissen im Dunkeln nicht, wie wenig wir sind. Schnellen. 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 Sie setzen leuchtig mal ein. Nachtsicht abnehmen. Wir machen es auf die Ach semua Tour. Ziel auf 12 Uhr. Das war's! Das sind wir hier umbringend. Das ist ein Bunker. Du gehst vor, los! Gehst aber raus hier, los! Wir haben etwa zehn Minuten, bis die die Leichen finden. Ich nehme an, wir gehen hier oben. Die Brücke ordnet mich an Sniper-Liebe. Die Brücke ordnet mich an. 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 Ich komme jetzt weiter. Ich hab da drüben schon alles safe gemacht. Sieht aus, als ob hier gleich alles einstürzt. Also schön langsam. Ja, schön langsam. Moment. Anänderung. Das Kontrollzentrum ist direkt über uns. Wir müssen uns den Weg einwohlig freischießen. Der Donner wird die Explosion übertönen. Hand auf mein Zeichen. Okay. Hoch damit. Wir können da hochklettern. Los. Lass es. Ah, Mistressel, da kommt noch die Idee. No, no, no. Oh. Makarov. Zeit zu gehen. Wir haben vielleicht geflogen. Das sollte uns in der Zeit verschaffen. Runter! Sofort! Was? Sprout! Nikolai, die Tochter ist in Berlin. Pakarovs Leute sind unterwegs. Ich kontaktiere die Amerikaner. Nikolai! Kurshewski wird nachgeben, wenn sie die kleine betroren. Da kennt ihm Reise. Ich entdecke sie nicht. Wunder! Das soll jetzt nicht. Nicht ohne... Oh. Nicht langsamer wird, Juri. Nicht langsamer wird, Juri. Ah, guck mal, was da liegt. Schon sechs Teile gefunden. Okay. Das war's. Das war's. Oh shit. 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 Was ist denn der Zielgerang? Ja, bin wir auch nicht. Gibt es denn da noch nicht? Boah! Ich finde mein Schuss. Na gut, gut dass wir hier lang sind. Dann haben wir nochmal Daten geprüftet. Und tschüss. Was? 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 Nikolai, holen Sie uns raus. Verstanden, bin unterwegs. Ja, mega. Makarov hat Worschevskys Tochter nach Berlin verfolgt. Wenn Sie das Mädchen finden, ist es nur eine Frage der Zeit, bis er die Nuklearkodes preisgibt. Kennen wir Ihren genauen Standort? Trianguliere jetzt. Die Handyüberwachung hat gerade einen Anruf von ihr empfangen. Verbindung steht in 3, 2, 1. Alena Worschevsky? Ktochter. American Special Forces, sprechen Sie Deutsch? Ja, meine Wachen sind tot. Sie kommen mich holen. Ganz ruhig, wir sind unterwegs. Wo sind Sie genau? Südvetterstock, Wandschrank. Welche Seite? Keine Ahnung. Auf dem Gebäude gegenüber ist ein großes Schild. Dressdorf zu sehen. Beilen Sie sich. Okay. Legen Sie das Telefon weg und keinen Mucks. Wir kommen. Alena lebt noch. Waffen im Anschlag und bloß nicht feuern. Wir müssen nach der Todeszone. Los, los! Zu den Gebäuden! Metal 01 haben von Nacht zum deutschen Wiesnungskommandant verloren. Wie ist der Stadus am Boden? Die Kessler-Kolonne ist ausgeschaltet. Wir werden überhanzt. Einsatzgebiet verloren! 20 Minuten zuvor. Verwandte Erde. Gleiche Sekunden! Berlin wird da unten komplett zerlegt. Granite Team ist unterwegs zur Tochter. Haltet ihn den Rücken frei. Raketen nach der Achtung! Der Vogel ist unten! Der Vogel unten! Raus, raus! Auf gleicher Höhe! Weiter 5 geht den Wartenschein. Erhoben! Geblissen, Ausstatt! Los! Der Vogel ist wieder von der Achtung! Geblissen, Ausstatt! Los! Okay. Safe. Geblissen, Ausstatt! Los! Geblissen, Ausstatt! Los! Bewegung! Hebe die Schnelle! Los, los! Ok Vamos a ver Ok 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 Los, los! Roger, roger! Alles klar. Die Treppe raus! Im Bereich sicher, schnell! Oh? Irgendwas? Verstandene Reins, gebe es weiter! Freunde, auf dem Dach! Ja! Pohle 3, oder? Guter Treffer! Eier ausscheiden! In Leergeschossen! So... Granite 01, Überwachung aktiv! Verstanden, wir kommen! Profil in der Landenzone! Raketen gestartet! Schütze! Granite Team ist jetzt auf dem Boden! Wir werden beschossen! Granite hat Gesellschaft! Die Tür! Die Tür da links! Geht sie in Deckung! Noch vier! Sozialschützengewehr wechseln! Alles sicher, Granite! Jetzt weiter! Wir kommen! D-90 auf der Straße! Overlord! Russische Panzer feuern auf Granites Position! Vordere Bombardierung an! Verstanden 01! Der Luftkorridor ist frei für den Beschuss durch unsere A-10! Vorher auf 3 Uhr! Metal 01! Hier Walker, Weed 26! Halte mich im Luftraum bereit! Das erste Ziel kann jetzt markiert werden! Der Panzer ist auf der Straße. Kontakt auf die Spur. Kann ich schießen? Ich sehe ihn nicht. Direkter Treffer. Da kommen noch zwei Panzer. Ausschalten. Battle 01, ich bin bereit. Garantie vor allem, ne? Grinit. Grinit. Scheiße, linke Seite. Noch zwei. Grinit, könnt ihr Arlena sehen? Grinit. Grinit. Sie sind weg. Was zum Teufel? Overlord, Grinit Team ausgeschaltet. Wiederhole, Eagles ausgeschaltet. Wir holen Arlena. Bestätigt, Sandman. Zur deutschen Panzerkolonne in südlicher Richtung aufschließen und weiter zum Zielgebäude. Over. Verstanden. Sandman Ende. Frost, einblicken. Wir müssen auf die Straße. Schon noch ein Blick? Wir haben hier Verluste. Nehmt ihr Erkennungswaffen mit. Rettungsflieger sollen sich hier rausbringen. Roger. Das ist das Wort. Overlord, Mia Metal 92. Brauche Evakuierung von drei Gefallenen. Koordinaten folgen. 7, Romeo, 8, 5, 1. Amerikanisches Team. Ein russischer Panzer feuert auf die Brücke. Sie müssen den Panzer ausschalten. Wir haben eine 10-90-Verschatz. Da kommt. Frost, kümmere dich drum. Der Gegenteil ist auf die Brücke. Denkt die anderen Gegenteil abbauen. Macht der Panzer Platz. Stehen unter starkem Beschuss. Halten nicht mehr lange durch. Guter Treffer. Gehen wir. Bewegung. Alles sicher. Wir rücken jetzt vor. Den Panzer nach. Rande an, bis der euer Held ist. Direkt noch raus. Wow. Visier ist... Wir sind in der Wand. Wir haben Ziele beim Bürogebäude. Angriff. Wir sind fast da. Na, los. Los, komm hin. Alter. Puh. Sie ziehen sich zurück! Weiter vordringen! Wir sind fast aber dranbleiben bis wir beim Hotel sind! Oh, shit! Oh, shit! Wir müssen aus der Turneszzone! Los, los! Zu den Gebäuden! West 0-1 haben Kontakt mit deutschen Divisionkommandaten verloren. Wie ist der Status am Boden? Die Passerkolonne ist ausgeschaltet! Wir werden überrancht! Einsatzgebiet verloren! Nicht verstanden, überleid! Bitte wiederholen! Wir haben ein scheiß Gebäude einskotzen lassen! Sidemen! Sofort zum Evakuierungspunkt zurückziehen! Negativ, Overlord! Wir holen die Kleider! Die Kleider ist eng noch aktiv! Dann aber schnell! Medien fällt! Wir halten Kontakt! Over! Da durch! Wir haben überall Sprengungen vorbereitet, falls unsere Panzer so weit kommen! Mann! Was für eine Scheiße! Alter! Weißt du, wie das hier drin aussieht, wie er aus diesen Nachrichten... Wir mussten ein paar State-Buildinger zusammenbringen! Da ist die Zwillingstürme! ...und wie sie dieses neues Gebärgungstrups reinziehen! Hier drüben ist ein Durchgang! Ich seh's! Da ist das Hotel! Der Strang! Dich! Der Glung! Der volle Gas! Deine die Flute! Beine! Unverm�, die Flute! Dich! 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 Van den Flute! Dich! Dich! Der Flute! Der Flute! Der Flute! Ja, das ist die Muni, ja. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Los, los! Was ist denn der Profis, Mann? Oh, hinten! Guck, da schreit sie schon. Ganz schön. Frost, die Tür auf! Oh! 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 Das können wir nicht riskieren! Overlord! Kostbare Fracht negativ! Wir haben sie verloren! Oh! Oh! Shit! In das Leben! Oh! 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 Untertitelung des ZDF, 2020